In den heutigen Vivi-News schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten beiden Comic-Drops mal an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall an, was hat Bob Iger auf einer Marketing-Messe zu tun und warum sind dahinter im Hintergrund noch Disney-NFTs, die wir auch wie wir haben. Das war und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi-Oji mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit nicht allzu vielen Themen mit dabei, dafür aber auch zwei, drei interessante. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Wenn dir mein Kanal gefällt, dann lass auf jeden Fall sehr gerne ein Abonnement da. Und jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle auch direkt rein hier mit dem nächsten Comic-Job und das ist Miles Morales' Spider-Man Hashtag 10. Einmal hier mit diesen Covern, natürlich wie immer mit exklusiven Rare, wie auch Altria-Cover. Das Ganze wird ja am Dienstag um 17 Uhr in deutscher Zeit wie immer natürlich eben im Blindbox-Format droppen. Das Ganze wird außerdem hier die First Appearance von Ultimatum beinhalten. Das Ganze, wie gesagt, hier einmal mit diesen Covern. Mir persönlich gefallen jetzt nicht allzu gut. Die Secret Rare sieht relativ cool aus. Alle anderen Covers sind für mich persönlich jedenfalls uninteressant. Das Ganze wird hier natürlich wieder eine Edition-Auflage von 10.000 Stück haben, außer im Listenpreis von 7 Gems. Das ist also eigentlich jetzt nichts Besonderes und so sieht es nämlich tatsächlich auch aus bei den Go-Collect-Daten selbst. Wenn wir uns die direkt mal anschauen, sieht man direkt, das ganze Comic ist nicht wirklich beliebt und auch nicht wirklich teuer. 9.8 gerade mal 95 Dollar. Das ist einfach sehr, sehr wenig. Für mich persönlich jedenfalls kein Job, den ich mitnehmen werde. Ansonsten hier auf jeden Fall auch noch der nächste Comic-Job. Und zwar sehen wir nämlich den am Donnerstag um 17. deutscher Zeit. Das heißt am 15. Juni. Und hier sehen wir an dieser Stelle Iron Man Hashtag 28 aus dem Jahre 1968 mit einmal diesen Covern hier. Und ja, für mich persönlich auf jeden Fall die Common. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Das Ganze wird hier aus dem The First Appearance von Howard Stark beinhalten, also dem Vater von Iron Man. Das ganze Comic selbst ist aber tatsächlich auch auf Go-Collect nicht allzu viel wert. Man sieht das hier in der 9.8. Haben wir jetzt sogar gar nicht mal einen Verkauf. 0.9.6 in 2021 gerade mal bei 480 Dollar. Ist einfach nicht allzu viel. Ansonsten kommen wir noch zu einem Thema. Und zwar nämlich, was der Vivi-Meister geteilt hat. Und das ist nämlich eine Marketingmesse, wo unter anderem auch Bob Iger, der CEO von Disney, mit dabei war. Und was recht interessant ist und was auch recht auffällig ist an dieser Stelle, dass wir natürlich hier unter anderem Vivi-NFTs mit dabei haben. Und da sind auch viele große andere Firmen mit dabei. Wie ihr schon seht, Adidas und so weiter und so fort. Sponsoren das unter anderem auch noch mit. Und insgesamt, so wie ich das jedenfalls verstanden habe, ist das mehr auch eine Austauschmesse. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall hier auch mit diesem Satz sehr interessant. We forgot in our generation that things don't have to be physical, they can be digital and they have meaning to people. Und ja, das sagt mehr als tausend Worte mehr oder weniger. Er sagt hier im Großen und Ganzen, dass viele Leute vergessen haben, dass wir nicht mehr alles physisch brauchen, sondern digital alles schon da ist. Und damit hat er natürlich absolut recht und dementsprechend sind hier natürlich auch die NFTs von Vivi mit dabei. Was meiner Meinung nach ein sehr positives Zeichen ist, weil sie damit jetzt auch hier ein bisschen weiter vorangehen. Beziehungsweise einfach versuchen, das Ganze auch weiter zu zeigen. Jedenfalls von Disneys Seite. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Disney hier noch marketingmäßig in dem Jahr machen wird. Und was Vivi natürlich auch zusammen machen wird. Ich gehe aber davon aus, dass es hier wirklich auf den Punkt für Details gehen wird. Wo dann unter anderem auch mit Disney eine Kooperation stattfinden wird. Und wir dann dort sozusagen auch großes Marketing in Kooperation mit Disney sehen werden. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt. Ich weiß ja, es gibt nur leider keine Aufzeichnung von diesem gesamten Event. Beziehungsweise wo Bob Iger vielleicht auch mal gesprochen hat. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz auf den nächsten Livestream eingehen, wo ich unter anderem zu Gast bin. Und zwar nämlich hier einmal beim Guten Vivi Versum. Am Donnerstag um 19.30 Uhr sind wir hier live beim Guten Vivi Versum zum Stammtisch. Unter anderem mit Moni Lee, Kelly aka Vivi Fox, JTAMP, Night Raider, Paige Knottler und meiner Wenigkeit und natürlich dem Vivi Versum. Und vielleicht auch noch ein paar anderen Leuten. Mal schauen, wer da noch so vorbeikommt. Aber wer nicht auf jeden Fall dort drauf Lust hat, kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Wird bestimmt wieder ein sehr interessantes und informatives Gespräch. Erst recht zum Beispiel mit Vivi Fox. Und an dieser Stelle würde ich auch sagen, war es das schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgenmittag und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.